Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionals gemacht. Also für eure Sicherheit und die Unterstützung von denen um dich, probiere nicht auf jeden Fall die Stunts, die du jetzt sehen möchtest. Auch Pupsi und Marie und wir wollen ja dem Kind was bieten und der Ramses möchte einen Burger testen und irgendwie, weil der Fahrer auch hierher geht, wollte ich vielleicht mal ein Bier trinken mit dem Fahrer und einen Burger testen, aber das habe ich ja eben schon erzählt. Mal gucken, ob wir euch einen kleinen Einblick geben können, wie es hier aussieht, was da so ist und vor allem wie der Burger schmeckt. Es gibt nämlich Smashburger. Das kennen wir ja noch vom Cantanano oder wie er heißt, der Smashburger gemacht hat und ich nie wusste, was das ist. So, wir stehen jetzt hier vorm Eingang. So sieht das dann aus. Da geht es also rein. Da laufen wir mal hinterher und zeigen euch mal ein paar kleine Attraktionen oder irgendwas. Vor allem, was man zuerst sieht, ist hier dieser fette Bus. Das ist unsere Station, wo wir dann Burger testen wollen. So, wir haben ihn gefunden. Der Fahrer ist da. Der hat wieder die besten Schuhe an beim Meininger Frühlingsfest. Damit war ich jetzt schon, ich war damit jetzt schon in der Götzhöhle. In der Götzhöhle, da war ich noch nie. Aber Pupsi isst da immer wegen Arbeit. So, der Fahrer bestellt sich jetzt erst mal was zu essen. Der Ramses bestellt sich auch gleich was zu essen. Aber ich muss euch eigentlich noch das Schild zeigen. Was zu essen, ist nur gerade alles ein bisschen chaotisch. So, hier in unserem Superbus gibt es nämlich Bier und Radler für 3 Euro. Van der Cola ist breit für 2,50 Euro. Wasser 2 Euro. Pommes 3,50 Euro. Einmal Pommes für Pupsi. Einmal Bier für den Ramses. Und einen Cola noch, auch für Pupsi. Und dann noch Speisekarte mit Burger. Und hier steht auch das Essen dran. Wie gesagt, der Fahrer wollte sich einen Pulled Pork Burger holen. Für 7 Euro. Dann gibt es auch Hot Dogs für 3,50 Euro. Bockwurst mit Brötchen. Smash Burger. Wenn ihr wisst, was das ist und warum das Smash heißt. Der Begriff Smashen. Den hole ich mir auf jeden Fall. Wiener gibt es auch noch Currywurst. Hier, das sieht auch gut aus. Und wie der Smash Burger aussieht, zeigen wir euch gleich. So, das ist jetzt der Pulled Pork Burger vom Fahrer. Serviert mit Bier. Willst du da mal reinbeißen, genüsslich? Ich fummle erst das Zeug drumherum ein bisschen ab. Der Bobel hier das Zeug ab. Es ist auf jeden Fall kalt. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass es kalt ist. Ja, das ist, weil es gezupft ist, kühlt es schneller ab. Aber geschmacklich auf jeden Fall sehr gut. Sehr gut vom Geschmack. 7 Euro der Preis. Ja, das ist teuer. Ich gehe dann zum Inder. Du gehst zum Inder. Aber schönes Sesambrötchen, muss man sagen. Magst du mal den Deckel am Heben? Das Brötchen sieht gut aus. Okay. Wir haben es dann schon angedostet. Ja. Sieht aus wie bei Döner Lutze. Ja, nur Kraut und Fleisch. Und dann fehlt nur die Soße. Kraut und Fleisch. Wie bei echten Döner Lutz Burger. Hier gibt es jetzt Pommes für 3,50. Und das ist das Smash Burger. Warum auch immer der Smash heißt. Ihr wisst es. Der ist einfach zusammengepackt. Aber ich finde, der sieht eigentlich ganz gut aus. Aber für einen Preis von 8 Euro doch gefühlt sehr teuer. Aber wichtig ist ja, wie der schmeckt. Das ist eine super Kulisse mit dem blauen Himmel und dem Bus im Hintergrund. Jetzt will ich erst mal das Bier probieren. Achso, Prost. Guck. Prost mit dem Fahrer. Brötchen. Richtiges Smash-Bier. Hat einen guten Nachgeschmack, das Bier. Bier schmeckt auch ein bisschen. Das ist Meininger. Weiß ich nicht. In Meiningen. So, wir beißen jetzt mal in den Smash Burger rein. Können wir mal so zeigen für das Thumbnail und dann mal probieren. Da ist auf jeden Fall, ist das Käse, ja? Oder Soße. Scheint Soße zu sein. Manchmal sieht der Käse auch so aus. Es droppt auf jeden Fall alles hinten raus. Das ist auch sehr cool. Aber super tolles Sesambrötchen. Ich muss es nochmal sagen. Fleisch. Passt mir so, wie es ist. Ist trotzdem irgendwie ein bisschen saftig noch. Ja, sieht zwar so aus, als wäre es nicht ganz durch. Aber an manchen Stellen ist es zu durch. An manchen nicht so. Reicht mir. Bin es ja so gewohnt. So easy ich es. Also mir schmeckt es. Aber für 8 Euro trotzdem ein bisschen teuer. 25 Lose. 10 Euro. Marie hat sich jetzt erst mal 25 Lose geholt. Jetzt schauen wir mal. Was sind da Feines erwartet. Das sind die Lose. Viel Glück auf jeden Fall. Halt du mal fest. Hab ich. So. Zack. Dein Becker. So, aus 25 Losen gab es jetzt 11 Punkte. Die werden aber erst mal gesammelt. Ja. Und erst mal gucken wir, was der Fahrer macht. Denn der steht jetzt hier an der Schießbude. Oh. So, der Fahrer hat es wieder mal geschafft. Jeder Schuss ein Treffer ins Schwarze. Da ist die Flasche Sekt. Guck dir das an. Das ist aber schön. Wenn ich jetzt noch einen Becher hätte, hätte ich mal probiert. Tschüss. Der Fahrer überrascht mich immer wieder. Jetzt hat er einfach noch eine Dose Bier in seinem Rucksack gehabt. Ein Gambrinus. Und guckt mal, wie lustig oder wie zufrieden der Mann aussieht. Das ist ein zufriedener Mann. Gambrinus. Original 10. Wir gehen jetzt zum Dosenwerfen. Fahrer, mal mein Bier aufmachen. Ich schaff's ja nicht alleine. Das ist aber sehr schön. Danke. Ich schaff's alleine. Läuft's noch? Natürlich. Ich muss ja noch posten. Prost. Fertig. Fertig. 3 Euro. Du warst besser. Guck mal. Immerhin gab es diesen Ball an der Dosenwerfbude. Der ist doch richtig fresh. Dosenwerfen. Können aber noch schneller werden. So. Wir befinden uns auf dem, ich sage mal, Karussell. Ja. Wenn man das so nennen will. Das sieht so aus in der Mitte. Das sieht so aus außen. Ich hoffe, die Mütze fliegt nicht weg. Haben sie extra gesagt. Der Dicke muss außen sitzen. Weil es drückt die kleine Sonne zusammen. Das ist aber schön. Und das nach dem Spageburger. Und vier. Und noch mehr vier. Und auf. Und auf. Und auf. Und auf. Und jetzt geht's noch rückwärts. Schneller werden wir. Was? Ich verstehe dich noch nicht. Es könnte noch schneller werden. Es wird auch noch schneller. Denn alles, was vor muss, muss auch wieder hindern. Deswegen geht's jetzt auch rückwärts. Ja, das geht's nicht. Ich habe extra die Mütze abgenommen. Weil es zurück geht. Aber erst wenn das Hupen kommt. Da ist das Hupen. Jetzt geht's erst richtig los. Das ging ja ewig vor. Und dann nochmal zurück. Und das für drei Euro. Also das hat sich jetzt gelohnt. Das muss man auch mal sagen. Darauf erst mal Bier trinken. Die Familie muss Gas nehmen. Wir verlieren die ganze Fahrt. Wir werden uns zu langsam. Einmal voll durch hier! Verfolgung! Jawohl! So macht Autofahren noch Spaß! Guckt euch das an! Und wie viel hier los ist! So jetzt habt ihr gesehen, Autoscooter gibt es auch. Gibt aber auch hier Boxautoman. Der sieht auch richtig stark aus. Erinnert mich an Goldberg und Ryback in einer Person. Kannst auch mal dagegen semmeln. Nee, macht das nicht gut. Der Fahrer sagt nein. Das ist viel zu gefährlich, wenn man sich da was tut. Da gibt es keine Biermeilen mehr. Die hatten jetzt für 10 Euro gelost. Jetzt haben sie nochmal für 10 Euro lose geholt. Haben statt 11 Punkte jetzt 22 Punkte. Das reicht aber noch nicht. Es wird nochmal für 10 Euro gelost. Damit wir über die 30 Punkte kommen. Und dann gibt es vielleicht so eine vergammelte Aubergine. Die würde ich euch gerne zeigen. Aber die ist so weit weg. Wahrscheinlich hat es sich ja doch gelohnt. Eigentlich musst du die Bingo Buchstaben zusammensuchen. Wir haben das B, wir haben das I, wir haben das G, wir haben das O. Uns fehlte das N. Deswegen wollten die doch mal. Und jetzt haben sie einfach Super Bingo. Das klingt ja wie Bonusbier. Und mit Super Bingo hast du die freie Auswahl. Also ich würde den gelben Bus hinter mir nehmen. Aber ich glaube der ist nicht dabei. Super Bingo auf einem Los. Freie Auswahl. Marie guckt natürlich jetzt hier in dieser Ecke. Was da dabei ist. Was sie vielleicht interessieren würde. Da grinst uns schon was an. Das hat sie vorhin schon gesehen. Und sie nimmt natürlich das größte, fetteste, brutalste im Super Bingo. Passt auch gut. Sieht auch mega freundlich aus. Mal gucken ob wir die gleich hier raus zerren. Ich tu es mal ab. Wird mich schwer. So und ab. Super. Dankeschön. Oh jetzt muss ich die tragen. Wo soll ich die hin tun? Und dann Arm. Jetzt laufe ich hier mit durch die Gegend oder was? Der Fahrer. Die ist schwer. Die sieht so schön aus. Aber die ist mega schwer. Die wiegt einfach 1000 Kilogramm. Damit man mal sieht wie groß sie ist. Das ist die Ananas. Guck dir die an. Ach du musst sie doch wieder selber nehmen. Jetzt habe ich es verstanden. So hier gibt es jetzt Crêpes und überbackene Baguettes. Das sieht ungefähr so aus. Romade, Mozzarella, Salami, Schinken, Ananas, Gese, Schinken, Schamig und Thunfisch, Raguffin, Camembert. So sehen die dann aus. Guckt doch mal wie schön das angerichtet ist. Selbst das Camembert Baguette mit Breiselbeeren sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wir haben jetzt Raguffin und hier gibt es noch Wiener Würstchen mit scharfen Soßen. Schauen wir mal ob man vielleicht noch ein Baguette testen, mitnehmen. Eigentlich sollte es sich ja nur um den Smashburger handeln hier. Aber es wird wahrscheinlich eher ein Flock anstatt einfach normales Tasting. Das ist jetzt das Raguffin Baguette mit Worcester Soße eigentlich, die man gerade gar nicht mehr sieht. Und vor allem auch mit Tabasco Chili Soße von der Tabasco Brand. Worcester Tabasco. Richtig geniales Würzfleisch. Diese scharfe Chilinote kommt durch. Das ist trotzdem dieses bisschen säuerliche von der von der Worcester Soße. Finde ich gut. Preis 5,50 Euro. Bisschen teuer, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Also würde ich auch noch mal kaufen. So, der Fahrer hat jetzt den Sekt geöffnet. Fast ein Becher und schon ist die Flasche leer. Das ist Perlwein, kein Sekt. Perlwein. Ich kenne den Unterschied eh nicht. Wahrscheinlich ist es wie kühler, weil es kommt in der grünen Flasche. Ja, bei Sekt fliegt der Korken raus. Da macht es einfach nur... Ja, das passt doch. Ist doch was rein? Nein. Lasst es euch schmecken. So, der Fahrer bei seiner Lieblingsbeschäftigung Bier holen. Ich habe extra große Bier bestellt. Mal sehen, was passiert. Jetzt kriegt man bestimmt gleich zwei Faxe Dosen. Das ist ja geil. So. Einmal die Übergabe gefilmt. Das sieht doch gut aus. Das ist Woppa. Ich kann sonst nicht laufen, wenn ich nicht den Schaum abgetrunken habe. Nein. Hm. So. So dreht sich Natururin seinen Kopf, wenn er dieses Bier trinkt. So ungefähr. Puh. 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 dazu richtig verwehrt. So, solche Gummiringe, wo du den Ausflug dran aufhängst eigentlich. So, nachdem schon jeder jetzt in mein Fischbrötchen reingebissen hat, in den Backfisch, da wollen wir jetzt auch mal reinweisen. Ich weiß nicht. Seid ihr das Video von Naturringen gesehen, wo unter mir meine Lade drauf, wo ich geröpselt und das Flöschel, äh, und der dann voll reingeschoben hat. Da musst du dich ihm jetzt wegschmeißen. So, und wenn ihr mal keinen Hunger mehr habt, gibt's einen richtig genialen Trick. Ihr holt euch einfach nochmal zwei Bier, und dann könnt ihr das auch noch essen, obwohl er gar keinen Hunger mehr hat. Weil, wenn ich was trinke, dann krieg ich immer Hunger. Deswegen, wenn ich keinen Hunger mehr hab, trinke ich was, und dann hab ich wieder Hunger. Und so sieht das dann aus, wenn man ein Bier trinkt. Und so sieht das aus, wenn also hier von diesem von diesem Tintenfisch alles ab ist. Der Gummi nur noch übrig. Da freut sich jeder jetzt. Und dann in die Remoulade rein. Übel genial. Ansonsten gibt's halt noch den Pizzamann. So, das war das Frühlingsfest in Meiningen. Eigentlich wollte ich nur einen Burger testen, und das als Ramses Kitchen vermarkten. Vielleicht wird's doch ein Vlog, ich weiß es nicht. Ich melde mich hier grad zum Abschluss aus der Dixi Toilette. Das ist eine Dixi Toilette. Da ist das Klopapier. Da ist das Pizouar für die Männer. Da ist für die Frauen. Da könnt ihr mal rein und gucken. Das sieht dann so aus. Hier könnt ihr raus gucken. Könnt ihr das Frühlingsfest auch von hier erleben. Und alles beobachten, was da los ist. Da drüben ist der Fahrer. Und der Rest. Und dann würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Enough Talk. Das ist übrigens das Outro für Kanalmitglieder. Während alle anderen schon abgeschalten haben nach dem normalen Outro. Sehen die Kanalmitglieder noch die Füße vom Fahrer. Wie der das Frühlingsfest verlässt. Durch ganz Weining. Das geht jetzt noch eine Stunde so. Da könnt ihr jetzt schon abschalten. Ihr müsst jetzt nicht dranbleiben. Da passiert nichts mehr. Nur noch Füße. Von der Fahrer. Was soll ich noch jetzt hinlassen? Ich hab grad keine Auflager. Wir können ja einen einbauen. Ne, mach mal nicht. Wir sind ja Hobby. Bei jedem Auflager. Wir sind ja keine Profis. Wir bauen hier nichts ein. Ach ja, warte mal. Der Akku ist doch eh leer. Das heißt, die Stunde wird gar nicht voll. Das war das Frühlingsfest. Das sind die Füße. Von der Fahrer. Seht ihr das? Das ist wie ein Lagerfeuer im Fernsehen. So ein Kaminfeuer zur Beruhigung. Wenn man sich das stundenlang anguckt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.